Gut, ähm... Alter, wenn ich überlege am Anfang, wussten wir überhaupt nicht hin, wo wir diese ganzen Skill-Punkte herkriegen sollen. Und jetzt weiß ich nicht, wohin mit dem Scheiß. Okay, ähm... Äh, komm, da sind noch zwei drin. So. Ähm... Oh. Oh ja, wir schuhen mal nicht immer ab. So, wir schlagen euch mit euren eigenen Waffen. Ist das nicht toll? Okay, das kriege ich. So. Hier war da irgendwann eine Munitionsküste. Genau. Wer stimmt denn da schon wieder so komisch? Wo weißt du, man schießt, Trishka? Du auch, Ishii. Schön, dich bei mir zu haben. Oh, Mann. Guck, ich bin da später. Oh. Hey, wo bleibt unsere Unterstützung von oben? Ich komm schon! Ich hab hier meine eigene Kacke am Doppel. Ah, dannbooks... Oh. Bäh. Oh. Oh. Oh, alive. Oh, wirklich? Oh, nein, du reißt. Der Rucksack ist der Rucksack. Geht auf dem Rucksack, schnell! Und jetzt weiter! Danke! Was ist denn mein Gewicht da unten bei? Das ist ja unglaublich. Wo wird denn da nun so rum? Weg. Ach komm. Oh, wir sind wieder unten. Zudem gehen die noch Händchen halten oder so. Warum zur Hölle habe ich die Kacke und nicht die Kacke? So. Ah. Oh, wenn man die ganze Zeit so rumsitzt. Ah, da knacken einem die Knochen. Oh, okay. So. Oh. 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 Gebt ihm noch mehr Kugeln! Gebt ihm noch mehr Kugeln! AHHHHH! Oh echt, der ist mal wieder hier? Komm, ich will auch hier einfach nur... Lass uns das einfach mal... ...fertig machen. Nein. So, bumm. Bumm. Und du, deine Brüder, auch. Es ist auch nicht so gut, dass du sie aufgambien hast. Und du hast es aufgambien, doch... Ich werde gerne wieder versuchen, Sie zu schützen. Es ist auch eine Sache, die du sie mit ihm gefahren hast... ...und du hier haben. Sie können auch nicht so gut, wie sie mit ihm sind. Oh, das ist eine Sache. Ich geh mal echt jetzt. Oh, was macht man hier denn? Der Kollege da oben nervt uns ein bisschen. Gleich reicht's, Alter. Jetzt reicht's. Oh, was macht man hier? Oh, was macht man hier? Und es geht nicht. Genau, du. Hier ist Platz! Oh, Alter, komm! Oh, Alter, komm! Viele von diesen Freaks gibt's hier noch! Oh, Alter! Wie kommst du her? Das ist aber mal vorbei hier, als er hier ist. Oh, echt jetzt? Endlich? Boah, hat ja aber gedauert. Ja, komm, erstmal hier den Ratten einsammeln. Nee, die will ich nicht verwenden. Boah, das war jetzt aber, jetzt war ich auch sowas von darauf fixiert, hier endlich mal die Viecher klein zu kriegen, dass ich überhaupt gar nichts gesagt habe. Seit wann schweige ich denn? Oh, ey. Gut, nix mehr da. Weiter hier zum Text. Ah, wir bleiben erstmal an der Kante hängen. Oh, lalalalalala. Ähm. Was ist das hier? Der Frachthafen. Die Koffer gehören den Touristen, die zu spät kamen. Ganz schön viele Koffer. Ja, unsere Menge Koffer. Wie viele Touristen waren hier? Also wenn da schon 28.000 Insassen unten gesessen haben, wie viele Touristen waren es, die ihn da und versorgt haben? Echt? Wir können hier nicht langrutschen? Das ist doch gemein. Das finde ich jetzt aber fies. Lalalalalala. Mhm. Silou Bart. Aha. Ein paar Detonationen wären nicht schlecht. Genau, für unsere Star ist Magazin rausgegangen. Sehr gut. So, jetzt sind wir wieder voll aufgeladen. Oh. Irgendwo hing ich fest. Ich konnte mich gerade gar nicht bewegen. Ja, ich kann mich wieder ausreden einfallen lassen. Wissen wir ja. Ja, gut. Wir gehen nochmal shoppen. Alles. Komm, einfach voll machen und los geht's. Dann mach das doch nicht. Dann mach das doch nicht. Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. Alle bei der Runders. So. Oh, man hat mich da. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja. Die Rampe ist nach unten, wir können es passen! Ja, 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 ich bin ja noch am Trennen. Oh, what? So kurz war ein Ziel! Boah, das war ja echt höchste Eisenbahn!